Ja, liebe YouTube-Freunde, schon wieder auf dem Blumenfeld. Da wird da wieder was gestellt, das hat die Anne zusammengeschweisst, dieser Bogen hier. So, der neue Toreingang von Anne, geschweisst, steht. Natürlich nicht nur geschweisst, auch selbst gebogen. Und Wetter lag immer noch schlecht. Eigentlich hätten wir Erziger-Töff-Fahrer heute Morgen in den Schwarzwald fahren wollen, nach Fischbach. Und dann nach Niedereschach zur Firma Turatech, die hat dort einen grossen Event. Und mein Kollege, der Rees, der hat ein Haus in Fischbach, wir waren dort übernachtet. Schade, das Wetter hat da wieder das Wochenende für Halsi ein bisschen vermisst. Ja, jetzt fährt er nicht durf, aber er muss arbeiten. Schade, danke. Vielen Dank.